Der Wind ist heftiger geworden und heult um das große, aus Glas und Beton gebaute Einfamilienhaus. Das Pochen am Dach hat allmählich zugenommen. Das dumpfe Geräusch erinnert an ein prasselndes Kaminfeuer. Auf der Terrasse hat sich der Schnee zu weißen Dünen angesammelt, die nun unglaublich schnell davongeweht werden. Maria Koponen bindet den Gürtel ihrer Strickjacke fester und starrt durch das große Wohnzimmerfenster in die Dunkelheit. Sie betrachtet das zugefrorene Meer, das in dieser Jahreszeit einem flachen Acker verblüffend ähnlich sieht und an den von kniehohen Lichtsäun beleuchteten Weg, der zum Bootsstieg führt. Maria krallt die Zehen in den Florteppich, der fast den ganzen Fußboden bedeckt. Im Haus ist es warm und gemütlich. Dennoch ist sie unruhig und selbst kleine Dinge regen sie übermäßig auf, wie zum Beispiel diese verdammt teuren Gartenlampen, die einfach nicht richtig funktionieren wollen. Maria schreckt aus ihren Gedanken, als sie merkt, dass die Musik verstummt ist. Sie geht am Kamin vorbei zu dem riesigen Regal, in dem die fast 400 Vinylplatten umfassende Sammlung ihres Mannes in fünf säuberlichen Reihen Platz gefunden hat. Maria hat sich im Lauf der Jahre daran gewöhnen müssen, dass in diesem Haus Musik nicht auf dem Smartphone gespielt wird. Auf Vinyl ist der Sound verdammt viel besser. Das hat Droger schon vor Jahren gesagt, als Maria zum ersten Mal vor der Sammlung stand. Damals waren es über 300 Schallplatten, fast 100 weniger als jetzt. Dass die Zahl der Platten in der Zeit ihres Zusammenlebens vergleichsweise wenig gestiegen ist, erinnert Maria daran, wie lange Droger schon vor ihr gelebt hat. Ohne sie. Es stört sie nicht, dass Droger 16 Jahre älter ist. Was an ihr nagt, ist die Sorge, dass sie eines Tages von einer Rastlosigkeit gepackt wird, die nur nachlässt, wenn man sich oft genug ins Unbekannte stürzen kann. Genau das hat Droger in seinem früheren Leben getan. Jetzt, an diesem stürmischen Februarabend, als sie allein durch ihr großes Haus am Meer streift, empfindet Maria all das plötzlich und zum ersten Mal als Bedrohung, als Ungleichgewicht, das ihr Schiff zu sehr in Schräglage bringen kann, falls ihre Beziehung irgendwann in einen schlimmen Sturm gerät. Maria hebt den Tonarm an, nimmt Bob Dylans Blond und Blond vom Plattenteller und steckt die Scheibe vorsichtig in die Hülle, auf der der junge Künstler in brauner Wildlederjacke und schwarz-weiß kariertem Schal selbstsicher und mürrisch in die Kamera blickt. Sie stellt die Platte zurück und wählt aufs gerate Wohl eine neue vom Ende der alphabetisch geordneten Sammlung. Bald darauf klingt nach kurzem Rauschen die honigweiche, gefällige Stimme von Stevie Wonder aus den Lautsprechern. Und dann sieht Maria es wieder, diesmal aus dem Augenwinkel. Die Lichtsäule, die dem Ufer am nächsten steht, schläft kurz ein und leuchtet dann wieder auf. Sie erlischt nur für einige Sekunden, genau wie vorhin. Maria weiß, dass die Leuchtröhren vor Weihnachten ausgewechselt wurden. Sie erinnert sich genau daran, denn sie selbst hat die unverschämt hohe Rechnung des Elektrikers bezahlt. Und eben deshalb macht diese Kleinigkeit sie wütend. Maria schnappt sich ihr Handy und schreibt eine Nachricht an Roga. Sie könnte nicht sagen, warum sie ihren Mann mit so etwas belästigen will, zumal sie weiß, dass er gerade eine Lesung hat. Vielleicht steckt dahinter ein plötzlicher Anfall von Einsamkeit, in denen sich eine Prise Unsicherheit und grundlose Eifersucht mischen. Im selben Moment bleibt die Platte hängen. »What I'm about to«, »What I'm about to«, »What I'm«, funktioniert in diesem verflixten Haus denn gar nichts. Eine kalte Welle, erfasst Maria. Und ohne ihre Beobachtung ganz zu begreifen, sieht sie hinter den Glastüren etwas, was dort nicht hingehört. Einen Moment lang vermischen sich die Umrisse mit ihrem eigenen Spiegelbild, doch dann bewegt sich die Gestalt und wird zu einem eigenständigen Ganzen. Roger Kopponen setzt sich auf den Stuhl, dessen Sitz mit rauhem, schwitzigem Stoff bezogen ist und kneift die Augen zusammen. Die Spots, die von der Decke des hohen Saals im Konferenzgebäude herabhängen, scheinen dem Auftretenden direkt ins Gesicht. Roger ist klar, dass die Veranstaltung wichtig ist, um sich selbst und seine Bücher bekannt zu machen. Ihm ist klar, warum er sich die Mühe macht, 400 Kilometer durch dichtes Schneetreiben zu fahren und in irgendeiner Bruchbude am Marktplatz zu übernachten, die dem ersten Anschein nach immerhin einigermaßen sauber ist und im Erdgeschoss einen nichtssagenden, mit Tischdecken und Bedienung aufgemotzten Fastfood-Laden beherbergt. Unklar ist ihm dagegen, wieso die Leute in Sabonlina sich an einem derartigen Abend herbemühen. Auch wenn seine Bücher sich weltweit millionenfach verkaufen, wird er nie ein von kreischenden Fans umringter Star werden. Und dennoch kommen Menschen. Die meisten sind alte Leute, die ihren Kopf langsam hin- und herwiegen. Sind sie die sportschaumäßigen Selbstverständlichkeiten und oberflächlichen Analysen, die ihnen die Autoren vorsetzen, noch nicht leid? Offenbar nicht. Denn der Saal scheint bis auf den letzten Platz gefüllt zu sein. Rogas Psychothriller erschien voriges Jahr im Frühling und ist der dritte und letzte Teil seiner Hexenjagd-Trilogie, die sich als Riesenerfolg entpuppt hat. Seine Bücher haben sich immer ganz gut verkauft, aber die Hexenjagd-Serie ist ein Volltreffer. Mit einem derartigen Mega-Erfolg hat niemand gerechnet. Am allerwenigsten seine Agentin, die das Thema anfangs für bedenklich hielt, und sein früherer Verlag, von dem Roger sich vor der Veröffentlichung des ersten Bandes wegen Vertrauensmangel getrennt hat. Die Übersetzungsrechte für die Trilogie wurden innerhalb weniger Jahre in fast 30 Länder verkauft und weitere sind zu erwarten. Maria und er sind doch früher gut über die Runden gekommen, doch jetzt können sie haben, was immer das Herz begehrt. Plötzlich sind alle möglichen Luxusartikel und Genüsse in Reichweite. Die Veranstaltung läuft routinemäßig ab. Roger hat die Fragen auf seinen Tourneen hundertmal gehört und in vier Sprachen beantwortet, wobei er gelegentlich Sprechtempo, Betonung und kleine Details variiert, nur um sich im Dunstkreis der hellen Lampen und der Lachsalven wachzuhalten. Ihre Bücher sind ziemlich brutal, sagt eine Stimme, aber Roger fixiert die Wasserkaraffe, auf der er sein Glas zum dritten oder vierten Mal auffüllt. Diese Bemerkung hört er ziemlich oft. Und das stimmt ja auch. Ruhemorde, sadistische Folterungen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, albtraumartiges Eintauchen in die Strudel einer kranken Psyche werden in Roger Copponens Büchern minutiös geschildert. Das erinnert mich an Brad Easton Ellis, der gesagt hat, er baue seine Furcht ab, indem er in allen Einzelheiten über Gewalt schreibt, fährt dieselbe Stimme fort. Nun richtet Roger den Blick auf den Mann, der in der Mitte des Saals sitzt und ein Mikrofon in der Hand hält. Roger hebt das Glas und wartet darauf, dass der Mann seine Frage stellt. Es dauert jedoch qualvoll lange, bis er endlich seine Gedanken in Worte fasst. Fürchten Sie sich? Schreiben Sie deshalb? fragt er schließlich mit leiser, monotoner Stimme. Roger stellt das Glas auf den Tisch und mustert den mageren Mann mit der Halbglatze. Überraschend und interessant. Beinahe unverschämt. Diese Frage hat er noch nie gehört. Ob ich mich fürchte? sagt Roger und beugt sich näher an das Tischmikrofon heran. Aus irgendeinem Grund spürt er ausgerechnet jetzt ein nagendes Hungergefühl. Haben Sie Ihre eigenen Ängste in Ihre Bücher eingeschrieben? fragt der Mann und legt das Mikrofon in den Schoß. Der Typ spricht aufreizend selbstsicher. Ganz ohne die nervöse Rücksichtnahme, die Unterwürfigkeit gegenüber Prominenten, an die Roger gewöhnt ist. Tja, sagt Roger und lächelt nachdenklich. Er vergisst den Mann für einen Moment und lässt den Blick über das Publikum wandern. Ich glaube, dass immer auch etwas vom Autor selbst zu Papier kommt. Man schreibt ja notwendigerweise über das, was man kennt oder zu kennen glaubt. Ängste, Hoffnungen, Traumata, Versäumnisse oder nicht ausreichend begründete Taten – Sie beantworten meine Frage nicht. Der magere Mann hat das Mikrofon wieder an den Mund gehoben. Roger spürt zuerst Verblüffung und ein Ärger aufsteigen. Was soll dieses beschissene Verhör? So eine Mist braucht man sich doch nicht anzuhören. Könnten Sie Ihre Frage präzisieren? Pawe Koskinen, der altgediente Literaturkritiker und Organisator, der die Veranstaltung moderiert, mischt sich ein. Doch Roger hebt versöhnlich die Hand und lächelt selbstsicher. Tut mir leid. Vielleicht habe ich die Frage tatsächlich nicht richtig verstanden. Sie möchten also wissen, ob ich über das schreibe, wovor ich am meisten Angst habe? Nein. Umgekehrt. Entgegnet der Mann kühl. Fürchten Sie sich vor dem, was Sie schreiben? Warum sollte ich mich vor meiner eigenen Fiktion fürchten? Weil nichts fantastischer ist als die Wirklichkeit, sagt der Mann mit dem hageren Gesicht. Angespannte Stille legt sich über den Saal.